Dieses Meme, das kenne ich. Denkst du bei dir, während ich dir aus dem Off wie David Hine in deinen verschmalzten Gehörgang reinrauche? Stellt sich A raus, das hier ist ein motherfucking Shitpost? Und dieses Meme ist nicht allein auf weiter Flur, nein, es ist von einem deutschen Mockbuster-Studio, welches absolut beschissene Low-Budget-Filme produziert hat und euer Lieblings-Nostro-Bimo durfte sich in seiner Kindheit ein Meisterwerk dieser Produktionen anschauen und es war Aladin. In Aladin gab es wiederum einen Song, der ein richtiger motherfucking Banger ist. Als ich diesen Song meinem Stream vorgestellt habe, war klar, dieser Song muss jedem aufgezwungen werden. Und ich weiß, dass hier die Definition des Wortes Prank mehr gedehnt wird als ein Jo-Oli-Opfer, aber es ist halt einfach wholesome, es ist ein wholesome kleines und kleines Prankchen. Schaut einfach selbst. Okay, ihr wollt Teppich fliegen? Lass es einmal für euch im Hintergrund laufen, ne? Eieiei, ihr seid fucking weird-champs. Hier, für euch, Freunde. Ach du meine Güte, was ist das denn? Feier ich, Alter? Insane, was ihr so hört. Was ist das, Sabrina? Oh, wie kommt man da drauf, ja? Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer? The fuck ist das, Leute? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Das ist voll das Cringe-Lied, oder? Das kann man nur fühlen. What the heck is that? Ich denke mir schon, dass ihr alle vollkommen beknackt seid, ne? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Der Teppich fliegt, ist einfach schlauer. Digga, das Lied fühlt man ja übel, oder? Mega geil. Das ist ja mega geil, was hier gerade abgeht. Ich mach das gerne. Hier ist ja ein Slow-One. Alter, dieses Lied. Was zum Henker. Okay, wir haben es geschafft. Hey, warte. Digga, lass die Scheiße. Oh, nö. Nein, wir gucken keinen Song auf YouTube an. Schon gar nicht einer, der Teppich fliegen heißt. Okay, skip. Digga, save nochmal. Geil. Teppich fliegen, das ist gut. Hochprozentig. Ach so, ja. Geil. Und verricht, roto, oder teil. Auch recht unberät und hauert. Wer Teppich fliegt, der Teppich fliegt. Das ist unironically just fantastic. Ich bin thoroughly enjoying this. Ja, wie das geil. Teppich fliegen, das ist logisch. Wo irgendwelche Teppiche fliegen. Das ist logisch. Hochprozentig. Ökologisch. Macht nicht Lärm und nicht Gestank. Braucht nicht Rotor oder Tank. Braucht nicht Funkgerät und Tauer. Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer. Warum? Wie kommst du auf sowas? Wie? Wie findet man sowas bitte? Wonach sucht man? Warum machst du... Was passieren Sachen? Wenn ich solche Videos sehe, denke ich mir meistens... Wie ganz... Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020